Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal brandaktuelles Thema Instagram, Reichweite, was da momentan so gemacht wird, was ich davon halte und ob ihr das verwenden sollt, meiner Meinung nach, oder vielleicht auch nicht, das und vieles mehr in diesem Video. Ja, erstmal worum geht es überhaupt im Detail? Im Detail geht es darum, dass, ich denke, viele Landschaftsfotografen, denen wird es in letzter Zeit auch schon aufgefallen sein. Wenn ihr mal so durch eure Timeline oder auf die Profile von anderen Fotografen geht, dann sieht man da oft Videos im Feed, die eigentlich gar kein Video sind. Also das ist ein statisches Bild, das aber einfach ein paar Sekunden Länge quasi hat, aber ohne irgendeine Dynamik da drin. Was mir da in allererster Linie auffällt, wenn ich durch so ein Profil gehe und dann klicke ich da auf ein Video drauf, was gar kein Video ist, ich fühle mich komplett verarscht. Für Leute, die nicht so im Detail in diesem Social Media Game drin sind und nicht verstehen, warum das überhaupt gemacht wird und so weiter, für die ist es eine absolut bescheidene Lösung. Ich fühle mich da auch verarscht als Nutzer und finde es auch nicht so eine richtig schöne Lösung. Ich empfinde das vor allem dann nicht als schöne und sinnvolle Lösung, wenn Leute wirklich penibel darauf achten, dass immer die gleichen Farbtöne, alles im Hochformat und dass der komplette Feed ein einheitliches Bild ergibt. Und dann sind da teilweise einfach Videos drin, die gar keine Videos sind und das ganze Bild in meinen Augen ziemlich runterziehen. Ich mache das auf Instagram sogar so, dass ich auch alle Reels, die ich teile, nicht in meinem normalen Feed drin habe. Also, dass die nur in der Sektion Reels sind, weil mich das einfach stört, wenn da oben auch dieser Play-Button und so ist, gefällt mir absolut gar nicht im Feed. Kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz, ein Video, was eigentlich gar kein Video ist, wird den allerwenigsten Nutzern irgendwie was sagen und Sinn machen für die. Kommen wir mal zu dem Punkt, warum wird das überhaupt gemacht? Ich habe das schon mal angekündigt gehabt in dem Video. Ich verlinke euch das oben mal. Instagram nicht mehr für Fotografen, habe ich mal so in den Raum geworfen. Ja, und es geht halt genau in die Richtung, in die ich mir ungefähr gedacht habe, in die es geht. Und die ist nämlich, dass Instagram nach und nach die Reichweite für Fotos reduziert und die Reichweite für Videos steigert. Das hat vor allem den Hintergrund, dass die sehr, sehr starke Konkurrenz mit TikTok natürlich extrem stark performt mit diesem Modell. Auf TikTok gibt es nur Videos, da gibt es überhaupt gar keine Bilder und TikTok hat halt einen riesen Wachstum. Die wachsen immer noch rasant, Facebook sinkt mittlerweile, Instagram, naja, ist auch eher so stagnierend, würde ich sagen, momentan. Ja, und da versucht Instagram bzw. der Metakonzern dahinter natürlich so ein bisschen gegenzusteuern. Mit dem Gedankengang, dass Instagram jetzt vielleicht auch eine Videoplattform ähnlich wie TikTok wird und Fotos nur noch zweitrangig. Ich als Fotograf finde das natürlich absolut scheiße und ich denke, die meisten von euch da draußen auch. Weil wenn ich kurze Videos sehen will, gehe ich nun mal leider auf TikTok. Also dafür ist es ja da und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man zwei soziale Medien parallel nutzt. Ich sage mal, ähnlich hat Instagram das natürlich damals bei Snapchat gemacht. Snapchat kam um die Ecke, hat Storys eingeführt bzw. das bestand hier aus Storys. Und Instagram hat halt irgendwann diese Story-Funktion genommen, hat sie in Instagram eingebaut und das hat sich durchgesetzt. Heutzutage nutzen die wenigsten Personen des öffentlichen Lebens noch Snapchat, sondern das läuft alles über Instagram-Storys. Da hat es funktioniert und genau den gleichen Schritt versucht Instagram natürlich momentan TikTok gegenüber. Und das sehe ich noch sehr kritisch, weil man damit einfach das Hauptaugenmerk von Instagram, nämlich Bilder, völlig außen vor lässt. Ja und was die Leute jetzt versuchen mit ihren Feedposts, Bildern, Videos, ist halt einfach dem entgegenzusteuern und Instagram quasi vorzugaukeln. Hey, das ist gar kein Bild, was ich hier poste, sondern das ist ein Video, bitte gib mir die Reichweite für Videos. So vereinfacht gesagt. Laut Aussagen vieler anderer Kolleginnen und Kollegen auf dem Fotografenmarkt scheint es auch sehr gut zu funktionieren, was die Reichweite angeht. Ja und da kommt man natürlich ins Grübeln. Einerseits finde ich das für die Betrachter meines Profils scheiße, gerade für Leute, die nicht im Social Media Game drin sind. Da fühlt man sich völlig verarscht, finde ich. Ich finde es selber auch nicht schön, das ist eine absolut unschöne Lösung. Aber am Ende des Tages macht man das ja auch ein Stück weit, logischerweise Social Media für die Reichweite. Und wenn ich fünfmal so viele Leute mit einem Foto anspreche, das als Video gepostet wurde, kann man schon mal drüber nachdenken. Jetzt, was ist mein Rat an der Stelle? Das ist natürlich immer schwer zu sagen. Ich persönlich versuche noch, soweit es geht, davon Abstand zu nehmen und setze einfach meine Hoffnung in Instagram. Und die Menschen, die da irgendwie Entscheidungen treffen, dass denen ein Riegel vorgeschoben wird, wie auch immer. Weil ich finde, das ist keine schöne Lösung und ich hoffe, dass irgendwie die Reichweite gebalanced werden kann in Zukunft. Und Instagram vielleicht auch irgendwann einsieht, hey, das mit TikTok wird eine enge Nummer. Wir wollen aber nicht die Fotografen auch noch verlieren. Weil im Zweifelsfalle kommt dann halt irgendwann eine andere Social Media Plattform um die Ecke, wie halt diese Lücke wieder füllt. Weil ich glaube, dass auch Bilder, ich lehme mich mal weit aus dem Fenster, 2022 noch nicht ausgestorben sind. Also so viel kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Also kann man letztendlich sagen, muss natürlich wie immer jeder selbst entscheiden. Ich persönlich werde davon noch Abstand nehmen. Ich sehe das immer mehr auf Instagram. Ich bin da kein Fan von, wie ich schon gesagt habe. Aber ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster nehmen und überhaupt nicht werde es niemals machen. Weil wenn es jeder macht, das ist ja so ein bisschen das Problem, wenn jeder auf diesen Zug aufspringt, willst du nicht der letzte Doofe sein, der dann dasteht mit der kleinen Reichweite, weil er sich geweigert hat, einen Schritt zu gehen, von dem man eigentlich absolut überhaupt nicht überzeugt ist. Nichtsdestotrotz versuche ich davon momentan noch Abstand zu nehmen. Was du machst, ist natürlich dir selbst überlassen. Mich würde aber trotzdem mal interessieren, wie ihr zu dem Thema denkt. Gerne unten mal in die Kommentare rein. Ich würde mich sehr freuen, da mal so ein paar Meinungen zu dem Thema zu hören. Das war es soweit von diesem Video. Falls euch das Video gefallen hat, sehr gerne wie immer einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Wir sehen uns diese Woche auf jeden Fall noch in vielen weiteren Videos. Ich danke fürs Zuschauen, haut rein, ciao.